Wir haben einen Jungen, der aussieht, als wäre er gerade von Bord der Mayflower gegangen. Das könnte eine Epidemie werden. Diese Serie, das ist der Stoff der Albträume, ist anstrengend. Sie breitet sich aus. Der Pestilenzreiter brachte die Seuche vor Jahrhunderten. Ich habe mich infiziert. Lassen Sie mich los! Sie nehmen mich nicht mit! Sleepy Hollow, der neue US-Serienhit. Mittwoch, 22.15 Uhr. ProSieben. Folgen und exklusive Previews auf pro7.de slash sleepyhollow. Folgen. Vielen Dank.